hallo willkommen zu unserem ersten video update die mustang stute ist jetzt ein bisschen mehr als drei wochen bei mir und sie macht sich wirklich toll im training ist sie immer bemüht das richtige zu tun arbeitet ganz toll mit und wir haben schon wirklich gute fortschritte gemacht trotzdem würde ich sie als eher introvertiert beschreiben und ich passe ganz doll auf dass ich sie nicht überfordern ihre kleinen anzeichen wenn ihr etwas zu vieles oder wenn sie etwas stresst nicht zu übersehen insgesamt sind wir jetzt im training eher ruhig geblieben wir haben viel schrittarbeit gemacht und viel an unserer kommunikation gearbeitet weil ich einfach merke dass ihre hufe und ihre langen zehen ihr im weg sind diese woche haben wir endlich hufschmiedtermin sie ist toll vorbereitet dafür und dann bin ich gespannt was wir dann als nächstes erreichen können wenn wir auch ein bisschen tempo einbauen können ins training genau und ansonsten was wird alles so gemacht haben das lenne ich euch jetzt gleich als videos ein und viel spaß beim anschauen bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Update und vielleicht sogar bis in Aachen.